herzlich willkommen schön dass wir alle hier sind ich möchte spontan zwei dinge abhandeln zunächst mal einen aufruf starten und als zweites eine möglichkeit aufzeigen wie man sich gegenseitig unterstützen kann der aufruf ist folgender wer von euch kennt sich gut mit kryptowährungen aus und hätte zeit und lust mir bzw uns allen den zuschauern eine kleine einführung zu geben was es braucht um möglichst einfach dort einzusteigen welche technischen voraussetzungen sind vonnöten welche kryptowährungen sind empfehlenswert welche seiten sind empfehlenswert was sollte man beachten wovon ist abzuraten und so weiter mir ist das thema grundsätzlich vertraut was die technologie der block chain angeht aber ich habe mich jetzt bisher noch nicht direkt aktiv beteiligt und besitze also keine bitcoins oder ethereum oder sonstige kryptowährungen der aktuelle anlass warum ich damit jetzt anfangen will ist folgendes zunächst mal vorweg man kann ja das thema kryptowährungen kontrovers diskutieren es gab vor wenigen tagen auch eine sendung moderiert von michael grave im kulturstudio mit der nina einer ärztin mit der hat der michael auch schon ein paar sehr interessante sendungen gemacht und dem oliver janich der ja beim thema kryptowährungen auch gut aufgestellt ist und ja auch dieses magazin herausgibt oder mit herausgibt und die frage unter anderem dort in dem gespräch war ja ist sind die kryptowährungen jetzt ein schritt in die totale abhängigkeit weil es ist weil man abhängig vom stromnetz ist abhängig von der infrastruktur ist wie es um die sicherheit bestellt aber auf der anderen seite eben das argument dass diese kryptowährungen eben nicht kontrollierbar sind und auch von gewissen kräften nicht einfach abgeschaltet werden können und ich möchte kurz erklären warum ich einsteigen will in das thema kryptowährungen dazu schalte ich jetzt mal den bildschirm um wir sehen hier also die webseite red eis members punkt com ihr seht den henrik palmgren und die lana locktev das ist ein paar und sie machen seit vielen jahren aufklärungsarbeit und sie nehmen kein blatt vor den mund und sie fassen eben auch themen an die von gewissen kräften nicht gerne gehört und gesehen werden und wie ihr lesen könnt die letzte sendung hieß red eis blacklisted by bankers they want us canceled also red eis wurde auf die schwarze liste gesetzt von den banken und jemand möchte sie zum schweigen bringen vor zwei jahren wurde schon ihr paypal account einfach so ohne begründung gelöscht deaktiviert so wie es ja bei youtube auch der fall ist dass es nicht länger begründet wird und der lana locktev haben sie sogar kürzlich eine kreditkarte gesperrt die auf ihren namen lief nur weil sie bestimmte und ihre gedanken öffentlich geäußert hat so weit sind wir schon lange rede kurzer sinn die beiden sitzen haben jetzt noch ein weiteres problem dass es eben kaum noch möglichkeiten gibt ihnen geld zukommen zu lassen auf den herkömmlichen wegen und da sind wir halt bei dem punkt der kryptowährungen denn diesen weg ihnen per kryptowährung geld zukommen zu lassen das kann nicht so einfach verhindert werden und das spricht ja eigentlich für die kryptowährungen also deshalb erwähne ich es man kann nicht mehr per paypal bezahlen man kann keine normale banküberweisung machen man könnte jetzt noch snail mail machen also einen geldbetrag in den umschlag tun und per briefpost in die usa schicken was natürlich sehr umständlich lang dauernd und unflexibel ist also daher mein aufruf ich schalte schon wieder um wer kennt sich aus mit kryptowährungen und möchte mir und uns das mal erklären ja ich könnte mich jetzt auch einlesen was ich natürlich nebenbei auch tue aber meiner meinung nach die beste möglichkeit und den größten nutzen hat es wenn jemand der sich gut auskennt einem anfänger erklärt was dabei zu beachten ist oder was der einfachste und beste weg ist um mit kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen soviel also zu dem aufruf ich hoffe es meldet sich jemand wir können das entweder als gespräch machen mit aufzeichnung oder am besten sogar ein live stream dann kann währenddessen im chat auch gefragt werden ja danke im voraus für jede antwort bitte mich anschreiben als kommentar unter das video oder über meinen telegram kanal die zuversicht dort gibt es auch einen chat kanal einfach unten auf diskutieren klicken dann ist man im chat drin und dann kann man mich auch direkt anschreiben adflori771 wie komme ich auf 77 keine ahnung und meine stimme ist gerade etwas schlecht warum weiß ich nicht ich mache jetzt trotzdem weiter und zwar mit dem brave browser den möchte ich kurz erklären denn der bietet eine möglichkeit sich gegenseitig zu helfen ich habe das auch vorgestern getan während der live sendung denn ihr seht ich benutze den brave browser und wenn ich auf der webseite von red eis bin sehe ich hier oben neben diesem dreieck ein häkchen wenn ich hier draufklicke dann sehe ich red eis members ist ein von brave verifizierter urheber und da ich selbst schon ein paar bad habe bad ist also die virtuelle währung und das steht für basic attention token also einfache aufmerksamkeits währung wie das wie man das sammelt erkläre ich gleich da kann ich ihnen mit einem klick etwas spenden indem ich hier also draufklicke entweder einen 10 oder 100 bad ich habe ihnen glaube ich 50 bad gespendet und das geht genauso einfach und geschieht in dieser virtuellen währung um nicht hin und her zu springen fange ich jetzt mal bei dem brave browser als solches an das ist also die seite von brave brave.com gegründet ich glaube von dem netscape macher von damals der hat jetzt eben vor anderthalb jahren ein neues team zusammengestellt um diesen brave browser zu programmieren was sind die vorteile zunächst mal ihr seht es ja auch am text der werbe blocker der ist sehr gut und der brave browser bietet eben ich bekomme übrigens kein geld für diese werbung der brave browser bietet eben mit abstand die beste einstellung für den schutz der privatsphäre es werden also alle möglichen seiten übergreifenden skripte und so weiter geblockt und das funktioniert außerordentlich gut man kann das auch manuell anpassen das heißt sollte eine seite mal nicht wirklich gut oder fehlerhaft angezeigt werden kann man diese schutzfunktion schritt für schritt für schritt deaktivieren damit die seite wieder richtig angezeigt wird somit geht das auch schneller wenn ich jetzt hier mal zum beispiel einen neuen tab mache sehe ich insgesamt hat er bei mir schon 361.000 tracker und werbung blockiert damit auch etwas band breite gespart und auch fünf stunden zeit gespart zusätzlich kann man auch einen privaten modus machen der auf tor basiert tor ist ein ja wie so ein zwiebelschalen prinzip also das sind kaskadierte server die eben mehrmals durchlaufen werden und somit kann die intensität nicht so leicht zurückverfolgt werden da will ich jetzt aber nicht noch näher darauf eingehen also da wird eben noch eine erhöhte zusätzlich noch mal eine erhöhte sicherheit geboten und jetzt kommen wir eben zu dieser virtuellen währung die ich gerade schon erwähnt habe BAT Basic Attention Token man muss das nicht machen man kann das machen das ist freiwillig diese rewards wenn man das aktiviert dann kann man je nachdem wie oft man das will das kann man auch einstellen sich werbung anzeigen lassen die von brave generiert wurde und bekommt dafür jedes mal eine kleine vergütung man muss auch nicht auf den link draufklicken um diese vergütung zu erhalten wenn man das also laufen lässt und sich werbung von brave anzeigen lässt dann läppert sich mit der zeit etwas bisschen was zusammen in dieser virtuellen währung BAT und dieses Geld das gesammelte kann man dann benutzen um andere zu unterstützen das ist eigentlich das Ding worauf ich aufmerksam machen möchte ich habe das ja so gemacht eben bei RedEyes bin ich hin habe gesagt jetzt Token spenden und habe 50 BAT gespendet so einfach geht das ich sehe ja auch immer wie viel ich habe und das kommt denen direkt zugute und der punkt ist eben der es geht an google und ansonstigen mitverdienern vorbei ja und das funktioniert nicht nur für webseiten wie bei RedEyes sondern auch für youtube kanäle man kann also sich selbst als verifizierter Urheber registrieren und bekommt dann dementsprechend wenn andere einem was spenden das gut geschrieben hier seht ihr ich kann noch es gibt noch mehrere plattformen die unterstützt werden ich glaube ja eine webseite youtube channel twitch twitter vimeo reddit und github ich habe Mitte 2019 meinen Kanal verifizieren lassen und den twitch kanal den habe ich jetzt eben erst hinzugefügt da mache ich noch nicht viel und der name ist etwas unglücklich das klingt so gender fluid irgendwie nein das ist einfach nur die namen waren schon vergeben die anderen und flocate ist einfach eine teppichsorte hat keine tiefere bedeutung dann kann ich mir hier die statistiken anschauen und dieser referral link den kann ich gerne in die video beschreibung geben und wenn ihr über diesen link den brave browser installiert dann bekomme ich auch eine kleine vergütung das ist hier eben wenn ich kann ja mal zurückgehen im oktober gab es dann eben lädt das jetzt schöner vorführeffekt jetzt lädt das nicht weiß nicht genau warum ich bin wahrscheinlich schon zu lange hier angemeldet er hat wahrscheinlich die session schon abgemeldet wieder aus sicherheitsgründen aber normalerweise sieht man dann eben eine statistik wie viele leute das installiert haben und dafür gibt es dann einen kleinen betrag ich möchte nur darauf aufmerksam machen wenn du jetzt auf meinen kanal gehst hier seht ihr meine ganz bescheidene video statistik wenn du auf meinen kanal gehst mein rechner ist gerade etwas langsam sorry dann siehst du wenn du den brave browser benutzt hier oben eben auch das blaue häkchen und der punkt worauf ich hinaus will ist dass es eben an google vorbeigeht und natürlich ist diese ganze sache google ein dorn im auge aber sie können es nicht verhindern und wenn du den brave browser benutzt wird nicht nur die werbung ausgeblendet auch bei youtube sondern du kannst mir hier was zukommen lassen wenn du es möchtest denn du siehst die zuversicht auf youtube von brave verifizierter urheber es gibt nicht viele die das benutzen spontan fällt mir nur oliver janich noch ein da ist es glaube ich auch so nein noch nicht wäre so entschuldigung ich muss erst mal drauf gehen auf den kanal da ist seht ihr auch er ist auch verifiziert und jeder verifizierte urheber dem kann man also was zukommen lassen hier seht ihr eine liste von oh entschuldigung entschuldigung hier seht ihr eine liste mit verifizierten urhebern in deutschland und das sind nicht viele ich sehe hier also nichts kaum etwas was ich kenne ähm ja charles krüger kenne ich und die zuversicht kenne ich ja also er hat hier nur 11.000 ne 1100 einträge von 821.000 also für deutschland nur 1100 verifizierte youtube urheber die das gemacht haben diese möglichkeit es wundert mich aber so ist es halt hier wird nochmal erklärt wie das funktioniert mit den rewards ich habe es ja gerade schon beschrieben das ist jetzt von google übersetzt da können leichte fehler drin sein einmal die werbung die von brave generiert wird das ist aber freiwillig und dann eben die spenden die man erhält so sieht das dann aus und das ist jetzt hier nicht viel bei mir aber ich habe ja auch gerade erst meine bats die ich schon gesammelt habe an red eyes gespendet weil ich deren arbeit einfach unterstützen will und wie gesagt kleinvieh macht auch mist und wenn ihr mir was zukommen lassen wollt dann könnt ihr das tun oder spendet es red eyes die können es noch mehr gebrauchen meldet euch vielleicht selbst als kreatoren an wieso ist er jetzt auf null gesprungen das muss ich gleich mal klären ach so ja mein internet ist gerade ausgefallen deshalb so bevor es wirr wird sage ich vielen dank für die aufmerksamkeit jetzt ist meine internetverbindung wieder da noch hier erklärt man kann es an und ausschalten man kann die werbung an und ausschalten man kann sagen wie oft man das bekommen möchte eine werbeanzeige pro stunde bis zu fünf dann dann kann ich jeden monat automatisch etwas machen das habe ich jetzt gerade deaktiviert monatliche beiträge habe ich hier eine webseite die sehr interessant ist wo ich dann jeden monat 10 watt automatisch überweise da sind meine trinkgelder aufgeführt und ich kann diese vergütungen die ich bekomme auch mittels dem finanzdienstleister abholt dann dorthin überweisen lassen und von dort auf ein normales bankkonto übertragen was sich jetzt nicht wirklich lohnt in meinem falle aber der hauptpunkt den ich erklären möchte ist man kann in virtueller währung sich gegenseitig unterstützen und vor allen dingen an google vorbei das ganze machen und die werbung wird erfolgreich ausgeblendet die seitenübergreifenden tracker werden erfolgreich ausgeblendet und somit ist es eine gute sache ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gesprungen es tut mir leid aber ich hoffe ich konnte das im grund satz erklären wie das funktioniert mit der virtuellen währung bei brave eins noch brave bietet auch crypto wallets an da bin ich jetzt noch nicht eingestiegen aber da werde ich eben einsteigen eine lokale wallet erstellen und da bräuchte ich eben jemanden oder da wäre es hilfreich wenn ich jemanden habe der mir da ein bisschen zur seite steht und deswegen habe ich eben den aufruf gestartet vielen dank für die aufmerksamkeit es sind schon 20 minuten um das reicht es gibt noch tausend andere themen und informationsflut und sonstige sachen die man besprechen könnte aber das mache ich jetzt nicht bis bald und gerne liken kommentieren und wer sich berufen fühlt eben mir und uns eine sendung mit uns eine sendung zu machen bitte mich anschreiben als kommentar unter das video oder direkt auf meinem telegram kanal die zuversicht dort gibt es ein diskutieren button und dann ist man im chat und dann kann man mich auch direkt anschreiben danke bis bald